Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Forster am besten auf der Nota und heute zocken wir wieder gar nichts. Ich hab ziemlich Angst gerade und ich glaube das versteht ihr auch, wenn ihr das hört. Ja, ich werde wahrscheinlich bald die 100 Abonnenten voll haben. Ich zeig euch das jetzt mal. Ich bin nämlich gerade bei meinen Videos hier. Forster.sagt.relife. Das hat nicht so gut geklappt, das erzähl ich euch gleich. Ich kann euch aber auch mal eben zeigen, was ich jetzt mache. Wo ist es, 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 hier, löschen. Hier, mir ist bewusst, dass dieser Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, also endgültig löschen, weil das Video hat nicht funktioniert. Hier seht ihr meine Livestreams, ziemlich gut, ziemlich gut gemacht. Warum ist das alles geplant? Scampt er mich? Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich abonniert haben. Hier, die Bewertungen für meine letzten Streams hier. Die waren, finde ich, supergeil. Hier, überall, oh, hier ist nur eine 50-50 Bewertung. Bei Auto gewonnen, wer ist denn da? Ja, ich mache es lieber nicht, weil sonst, ja, werde ich noch geklaimt, weil ich das ja zeige, weil das ja so schlimm ist. Da ist gerade was schiefgegangen, ich muss kurz die Playzie anmachen und mein Handy laden. Ja, äh, nicht wundern, die Playzie hört sich jetzt im Hintergrund an, aber wir sehen jetzt den Dashboard. Hier, aktuelle Kanalanalysen, 96 Abonnenten, 6 Abonnenten plus in den letzten 28 Tagen. Ihr seid heftig. So, hier gucken wir bei den letzten Abonnenten. Da können wir nämlich, Leute, hier können wir nämlich, glaube ich, alle Abonnenten sehen. Einmal, nee, ich kann nur zwei sehen, glaube ich. Last Round mit drei Abonnenten und Max mit vier Abonnenten. Leute, wir haben es fast geschafft. Und ich werde das Video jetzt gleich auch direkt hochladen auf meinem Kanal. Und ich will euch nur eine schnelle Info geben, dass es euch sehr freuen geht. Okay, ich hatte ja schon mal versucht, ein, wie heißt das, ich bin gerade ein bisschen lost, eine Verlosung zu machen, aber hat nicht funktioniert. Und, ja, ich versuche das zu machen, also wird es wahrscheinlich funktionieren. Bei 100 Abonnenten, jetzt alle abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Alle. Schickt das jedem von, jeden, den ihr kennt, weil ihr könnt gewinnen. Und zwar ist zwar nicht so viel, was ihr gewinnen könnt, sind ja auch 100 Abonnenten, aber es sind 5 Euro. Paysafe kann man, glaube ich, überall einlösen. Also ich verlose eine 5 Euro Paysafe-Karte an den Gewinner. Ja, mit dem Gewinner komme ich in Kontakt und jetzt müssen alle unter diesem Video kommentieren, Hashtag gewinnen. Und dann ein Text, warum ihr gewinnen wollt. Darunter. Und ihr müsst den Kanal abonniert haben und das Video geliked. Und ihr müsst, guck, wir gehen mal auf den Kanal von Max. Und hier, bei ihm kann ich die ganzen Abonnenten sehen. Ska H, BMW M, LP mit Kev und Ford Rider. Ford Rider muss da stehen. Wenn ich sehe, Ford Rider steht da nicht, dann, ja, dann könnt ihr nicht gewinnen. Und hier, ich melde den natürlich nicht, wäre ja unnötig. Oh, habt ihr gar nicht gesehen. Bin ein bisschen lost. Hier. Hier sind seine ganzen Abonnenten. Und hier bin ich. Wenn ich da nicht stehen soll, und ich kann auch bei euch den Likes nachgucken, was ihr geliked habt. Aber das müsst ihr natürlich auch öffentlich haben. Guck, hier ist zum Beispiel eine Playlist. Und, ja, ich kann euch auch mal zeigen, wie man eine Playlist erstellt. Macht man ein Video in eine Playlist. Nennt die Playlist. Ich möchte gewinnen. Ich zeige euch, wie das geht. Auf der YouTube-Plattform. Start. Ne, doch nicht. Oder? Doch. Ihr geht auf Mediathek. Oder? Nope. Bin ein bisschen lost gerade. Ja, und ihr später ansehen, ist es auch nicht. Ich habe gar keine Playlist. Warte. Oh. Ah, ja. Hier. Hier sind zum Beispiel Videos, die ich mag. Habe ich auf Priva. Keiner kann es sehen. Ich werde es auch natürlich nicht zeigen. Aber ihr müsst auf Start gehen. Machen wir mal dieses Video. Äh, ich, äh, dieses Video ist ja noch nicht hochgeladen. Deswegen mache ich jetzt einfach, äh, Ford Rider. Und dann auf Speichern. Und dann auf Speichern. Und ich zoome ran. Neue Playlist erstellen. Wenn ihr das alles nicht gemacht habt, dann könnt ihr leider nicht mitmachen. Ich möchte, äh, ich möchte, äh, ich möchte gewinnen. Äh, hier öffentlich, ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig, auf öffentlich und dann erstellen. Ich möchte, äh, ich möchte gewinnen. Und jetzt hier in die Kommentare, ganz unten. Mh, lell. Hier sind die Kommentare. Unter dem Video natürlich. Mh, mh. Mh, ich bin gerade ein bisschen los. Ich finde hier kein Hashtag. Egal. Hashtag Gewinn. Hashtag Gewinn. Obwohl hier kein Hashtag ist. Ich, äh, ist bestimmt hier. Nur ich bin doof, es zu finden. Mh, Hashtag Gewinn. Und jetzt. Weil, äh, ich, mal. Meine Oma, das schenken möchte. Hier, Hashtag Gewinn, weil ich meiner Oma das schenken möchte. Kommentieren. Hier. Ich werde euch dann herzen. So. Und euch den Daumen nach oben gehen. Egal, ob mir das gefällt oder nicht. Weil ich muss mir das merken. Und, dann werde ich alles durchgucken. Ihr müsst alles geliked haben. Also nur dieses Video halt. Kommentiert haben. Abonniert haben. Und, äh, im, in der, in den Kommentaren das reingeschrieben haben. Also, abonniert jetzt. Sonst könnt ihr nichts machen. Mh, ich weiß, dass einige Leute mir das nicht glauben werden. Habt ihr Pech gehabt. Wenn nachher nur, mh, zwei, äh, zwei Leute reingeschrieben haben, ist es einer von denen. Mh, wird, äh, ausgelost. Ich zeig auch, wie es ausgelost wird. Äh, mit eins, äh, zwei und so. Und, ja. Mh, auf jeden Fall macht es. Wer es nicht macht, ist dein Problem. Du kannst, mh, du verlierst eigentlich nichts. Weil, äh, ist ja einfach eine Chance. Und, das ist einmalig. Also, Leute. Und, äh, ich kann vielleicht bald machen, dass ihr mir spenden könnt. Aber auch nur vielleicht. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Mh, weil dann könnt ihr mir, mh, immer donaten. Mh, und so. Und, das wäre ja, mh, wenn ihr das wollt, ziemlich cool. Aber, wenn ihr es nicht wollt, ist es auch okay. Müsst ihr ja auch nicht. Mh, ich werde das nur vielleicht hinzufügen. Also, ich gehe schon mal auf den Kanal Dashboard. Ich lade das jetzt alles hoch. Und, mh, alles machen, was ich gesagt habe. Also, mh, komm. Ja, und das gilt erst, wenn wir 100 Abonnenten haben. Ihr könnt jetzt schon reinschreiben, aber wir müssen 100 Abonnenten kriegen. Leute, wir schaffen das. Also, abonniert schnell rein. Also, haut rein.